halli hallo meine lieben ja ich wollte jetzt bisschen putzen und zwar ich wollte euch produkte vorstellen die ich vor kurz getestet habe und die finde ich ganz toll ich verlinke dann mein online shop unten bei der beschreibung geht mal rein und ja schaut euch das an die produkte sind alle ohne schädliche stoffen von acker ist das und ja ich werde euch auch ein paar fotos einblenden mit dem vergleich die sind bisschen teurer sind normal aber wenn man das dann weil man sehr wenig braucht ich habe die und die spülmittel auch es ist sehr gäbe und ja kauft kauft euch das oder schaut ihr bei meinem shop würde mich sehr freuen ich bin noch am anfang und ja heute ungeschminkt aber heute habe ich ja keine lust mich zu schminken und keine ich heute ist mir kalt irgendwie und ja ich wollte euch noch mal nur zeigen die produkte zeigen die ich jetzt selber benutze und ich bin ganz begeistert und ich zeige euch auch gleich den spülmittel ich mache gerade mein erd sauber mit dem schäuermilch auf kreide auf kreidebasis ist das und ja wir fangen mal an und viel spaß und ich zeige euch auch gleich zu schminken und ich zeige euch auch gleich alles Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schaut mal, wie der jetzt glänzt. Mehr geht nicht, weil der schon alt ist. Aber schaut mal, wie der schon glänzt. Ja, wie gesagt, ich wollte euch jetzt den Spülmittel zeigen. Von dem ich geredet habe. Das ist Amadea mit Zitrone, der riecht ganz toll. Und ich wasche jetzt, damit ihr seht, wie viel der schäumt. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Schaut unbedingt bei mir im Shop rein. Würde mich auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.